Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und das ist so ein Bus natürlich so eine Sache, die reizvoll wäre. Selber fahren und genießen diese Autos. Das sind gepflegte Autos. Und los geht's. Versteigern, das ist mein Leben und ich bin mit Leib und Seele auch Sonator und dafür lebe ich und das mache ich gerne. Ja, ich nehme auch gerne den Slogan, kauf die grünen Fahrzeuge, dann habt ihr immer Vorfahrt, dann werdet ihr nicht überholt. Und ich selber habe auch schon mal so ein Fahrzeug gefahren und hier ersteigert und das wird sich ausgezeichnet. Ich weiß es nicht, wie es sein soll und muss, aber ich weiß, dass die beschädigten Fahrzeuge einen anderen Zoll-Status haben und einen anderen Satz. Und deshalb gehen die beschädigten Fahrzeuge besser in den Export. Ich weiß es nicht. Dann sage ich natürlich, wenn ein Fahrzeug kommt, was beschädigt ist, ich sage, das braucht ihr nicht mehr kaputt fahren. Das ist schon kaputt für Export geeignet. Also ich bin da zu diesen Versteigerungen gekommen, wie man so sagt, wie die Kuh zum Geib kommt. Und vor zehn Jahren musste plötzlich eine Auxon stattfinden in Stade. Da suchten ein Auxonator und ein Freund von mir sagten, ich kenne hier einen, das ist der Poppe. Und somit kam ich zu diesen Auxonen. Wie unterscheidet ihr das? An und für sich ist es nicht schwieriger, das ist leichter wie bei den Rändern. Diese laufen nicht weg und die scheißen sich nicht voll, die stehen wie sie sind. Also das ist einfacher ein Auto zu versteigern, als ein Rind und Kuh zu versteigern. Und wenn ich dann ein Auto anpreise, dann muss ich selber davon überzeugt sein, dass das Fahrzeug gut ist. Und diese Überzeugung, die muss ich dann natürlich dem Kaufinteressenten überbringen. Und ich denke, dass das mein Trick ist, das zu schaffen, dass jedes Fahrzeug von mir geliebt wird. Und jedes Fahrzeug kann ich dann in einer besonderen Art anpreisen. Wenn ich es geschafft habe, dass möglichst alle Fahrzeuge verkauft werden, dass möglichst kein Fahrzeug stehen bleibt. Und das ist natürlich meine Aufgabe. Getriebeschaden. Aber 178 runter. Wahrscheinlich vieles Getriebeschaden. Aber diese, dann hast du hinterher wieder probiert mit der Pakette. Ja. Ja. Ich weiß nicht, weil die viele Lizenzen, die da kommt, dass hier nicht. Ganz einfach habe ich ohne Funktion. Zusatzhaltung darf nicht mehr betrieben werden. Ja, die Fahrzeuge, das ist schon ausgebildet. Ja, die Fahrzeuge, das ist schon ausgebildet. Na ja, ich dachte eigentlich, dass man vielleicht günstig an ein ganz gutes Auto noch kommt. So ein gebrauchter und der auf jeden Fall gewartet ist, das muss ja gewährleistet. Aber ich sehe doch, dass da einige ziemlich viele Mängel haben und auch stärkere Mängel. Also Motorschaden, Getriebeschaden. Und das schaltet dann eigentlich sofort aus. Das würde dann die Kosten sprengen, den wieder instand zu setzen. Also für mich persönlich. Okay. Okay. Guck mal, die Sitze da. Und Tische, ne? Ja. Wie dieses Chefsessel. Vielleicht so ein fahrbares Büro gewesen. Ah, genau. Deswegen hat der nur so wenig runter. Aber ob das so den Sicherheitsanforderungen entspricht mit so einem Stuhl da drin? Ja, vielleicht wird der nur zu so öffentlichen Veranstaltungen gekarrt, weißt du? Wie die dann drinsitzen und man kann reinkommen und sich erkunden. Ach so, okay. Ja, verstehe. Und dann im Stand wird dann besprochen. Ja, ja, steht da so. Ja, er hat eine Reise. Vorrat. Ja, wir campen viel und da ist so ein Bus natürlich so eine Sache, die reizvoll wäre. Ich glaube, erstmal könnte man das schon so lassen und es wäre mit so einem Bus so eine Aufgabe für Jahre, dass man ihn Stück für Stück umbaut, aufbaut. Also hätte ich schon Lust drauf, müsste ja nicht so ein großer sein, aber so ein großer wäre natürlich toll, weil da kann man wirklich lange drin wohnen und sich wohlfühlen im Urlaub. Ja, erstens sind die günstig und zweitens sind die auch mehr oder weniger gewartet eigentlich so. Ja, natürlich. Warum nicht? Also ich habe auch von der Polizei Motorräder gesteigert, grün-weiß, das ist interessant. Also ja, seine Sprüche und viel Humor, also man kann ja schon viel lachen, was er da erzählt. Und dann, wenn er weiter profitiert hat, kann ich nur zwei aufladen. Dankeschön. Dankeschön. So meine Damen und Herren, in gewohnter Weise habe ich wieder die Äpfel aus dem alten Land mitgebracht, die werden hier verteilt, wird noch nicht gefrühstückt, wunderbare frische Äpfel, müsst ihr euch eben wegholen, die Kiste muss leer werden, das kennt ihr, das ist ja mein Podium hier, so kommt her, holt euch die Äpfel hier alle raus. Das sind Grafensteiner, Koks, Orange, die muss leer werden, die Kiste muss leer werden, das ist mein Podium, steckt euch welche in die Tasche, nehmt sie mit, hier nehmt euch fünf Stück, so, nehmt mehr, so kommt hier alle ran, die sind für euch alle, auch wenn ihr keine kauft, die muss leer werden, Koks, Orange, Grafensteiner, Beeren, alles super, super, holt euch hier, kommt hier auch her, holt sie eben, die muss leer werden, Kiste muss leer werden, das ist ja mein Podium, kennt ihr ja, immer raussuchen, immer raussuchen, so, nehmt gleich fünf und, ich kann die ja nicht hier wegkippen, so, die muss leer werden, das ist ja mein Podium, nehmt gleich fünf Stück. So, jetzt habe ich mein Podium hier, das ist ja mein Podium, ich kann sie ja nicht wegkippen, komm hier, nehmt gleich zwei Stück, schüt's dir die schönen Dicken raus, noch ein, noch zwei. Genau. Ohne fängt man gar nicht an. Ich kann sie ja nicht wegkippen. Warte, warte, warte. So, jetzt hab ich mein Podium hier, das Papier legt auch mal weg. So, meine Damen und Herren, hier geht's los, hier vorne. So, in gewohnter Weise begrüß ich euch alle recht herzlich. Hier heute Morgen sind Dobre, sind Kuche und hier Dobre und guten Morgen. So, ich hoffe, ich hab euch alle zu fassen gekriegt. Es ist unsere Provision von 8% und die müssen wir haben. Ich bedanke mich bei der Behörde. Das ist unsere Provision von 8% und die müssen wir haben. Ich bedanke mich bei der Behörde.